ja okay geht wieder so spinne habe ich ins inventar gehauen zwar das und mal gucken jetzt war zeit arsch dunkel wir sollten halt irgendwie nach hause wenn wir das denn finden beziehungsweise wir gehen jetzt nicht nach hause ich gehe jetzt nicht nach hause wollen mit euch so wie könnte man auch bauen tatsächlich ich glaube hier ist auch vieles in der nähe auch schlangen seht ihr das da einmal auf den arsch hauen alter ein jahr shit son ein ganzes jahr bei dich verrückten digga hashtag bestech community wie sie digga gesagt hat die habe ich erwischt habt ihr das gesehen gehört alles alter das war richtig knapp ich sehe zwar nur noch die hälfte es ist mega dunkel aber wow alter fall da ist mir schon wieder ein bisschen ein bisschen pipi in die augen so vielleicht kann man hier noch irgendwas machen da unten geht es ja da und wir waren hier überall ich kenne die maps schon in und auswendig dort ist dieses mohr und jetzt kommen wir hier wieder zu dem komischen lager zu dem meff lager wo die christel meff kochen zu heisenbergs lager so jetzt haben wir hier wieder ein ekel nicht gesehen war noch mal ist klar hier ist ja ich auch ein geiler platz finde ich also hier ist eigentlich auch ganz nice direkt an dem berg aber ich glaube du hast doch viel in der nähe du bist hier auf so einer klippe klar dann kannst du von da schon mal nicht angegriffen werden ich glaube du hast hier hinten wasser dann wirst du doch schon ganz schön weit laufen da muss schon ganz schön weit laufen müssen mal gucken du musst mir langsamer essen schlafen aber ich glaube wenn hier dieses kokain lager ist so hier ist die große straße genau ich kenne das spiel langsam echt in und auswendig so das heißt wir schlafen jetzt beim kokain lager oder was warum hat er jetzt den sperr weggepackt was war das denn ach ich hab den jeep gefunden hey ich hab den jeep gefunden den wollte ich finden und hier ist nämlich irgendwo eine flasche wahrscheinlich die da so da packe ich gerne direkt beziehungsweise trinkt die erst wir machen mal sammeln dann können wir die noch essen zack essen zack ey zack essen und dann nehmen wir die mit ey nimm die mit jetzt diese scheiß spinne die nimmt so viel platz weg das ist so normal ok dann machen wir das so rum da ist dahin und jetzt können wir die dahin packen sehr gut dann haben wir noch ein paar schnecks schnecks können wir nicht mitnehmen und schokoriegel schokoriegel können wir mitnehmen das ist ja dumm der braucht pro schokoriegel ein slot das ist ja richtig als ob sonst alter also tetris hat er nicht aufgespielt ne 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 musst du mal einladen zu einer runde tricky towers vielleicht ist er dann besser so jetzt können wir das da hin oder das nimmt so viel platz weg dieser schokoriegel nervt dann müssen wir den wohl essen ist ein snickers kommt zack so boah chips lecker bam jetzt haben wir tatsächlich leider haben wir jetzt alles gefunden leute bin ich ziemlich doll der meinung dass wir jetzt alles gefunden haben also alles was es jetzt in dem spiel so gibt an äh an orten quasi an orten die man erkunden kann haben wir jetzt gefunden ich überlege gerade wo wollen die denn hier hin wenn die hier geht die straße hier weiter die geht hier weiter dann laufen wir mal hier weiter so da kommt noch eine plane hier waren wir auch noch nicht da haben wir eine plane aber die können wir nicht mitnehmen es ist so arsch dunkel ich finde es halt ein bisschen schade man kann sich ja hier so eine tolle fackel machen ja die kann ich eh nicht mehr tragen aber man kann sich ja eigentlich hier so eine fackel machen weißt du aber die kriegst du nicht an die kannst du einfach nicht anzünden so jetzt haben wir ein bisschen handwerk schon mal noch bloß eins gekriegt erweitern austauschen schwache fackel achso die jetzt habe ich da so wie mache ich die jetzt an heißt das denn pass auf das würde ja bedeuten ich muss jetzt hier rauf gehen mal um das vogelnest dann gehen wir auf stammeshörer dings bumms machen da das machen da das vogelnest hin jäger ich habe doch gerade noch hier ein vogelnest gehabt zack jetzt macht er feuer und wie kriege ich damit jetzt die fackel an jetzt hat er das die ganze zeit in den pfoten herstellen keine Ahnung herstellen ich kann doch die nicht nur ich es kann doch nicht sein dass man die nur an einem feuer anmachen kann das glaube ich nicht das ist echt ne glaube ich nicht ganz komisch ganz komische materie so jetzt laufen wir hier mal weiter warum sind hier so stöcker hier waren wir noch nicht hier waren wir noch nicht ich nehme es zurück vielleicht finden wir noch was oh da kommt eine krasse höhle sieht cool aus weil die sonne gerade da hinten aufgeht aber der typ der muss langsam schlafen verpennen wir wieder den ganzen tag wo kommen wir denn hier hin eigentlich wo kommen wir denn hier muss ich mich fragen wie die forscher die die ungeklär wie war das wie die forscher die die ungeklärten wege keine ahnung eines dschungeldorf betraten oder irgendwie sowas jetzt haben wir hier ach wisst ihr was klar hier waren wir schon ich bin bloß nie den weg nach links äh nach rechts gelaufen so wir haben wieder einen ekel ist ja eklig woher hier so tief runter oder oder sind wir jetzt wieder wieder da ok ok jetzt haben wir komplett alles bin ich mir ziemlich sicher weil von hier aus sind wir immer nach links gelaufen aber wenn du den weg rechts lang folgst so genau hier sind wir nie lang gelaufen warum auch immer ich hier nie lang gelaufen bin nach rechts sind wir nur links gelaufen so das heißt ich habe jetzt auch diese metallflasche und damit haben wir glaube ich alles dann bauen wir noch die schlingenfalle legen da fleisch rein und dann müssen wir eh mal mit dem typen schlafen und dann in der zeit wo wir schlafen vielleicht läuft uns da was in die schlingenfalle so blümchen haben wir auch alle den roten da können wir nochmal schnell einen verband machen mit der roten dann haben wir da auch nochmal einen handwerkspunkt das geht gar nicht ist das denn das nutzer für suppe oder was ok crazy crazy motherfucker full full dann sollten wir hier vielleicht mal nach rechts laufen kann man auch bauen irgendjemand hat gesagt dass diese freien flächen hier die ritualplätze von den einwohnern sind aber das glaube ich nicht ich habe die noch nie auf so einem ritualplatz oder auf so einem platz gesehen das halte ich für ein gerücht so wir gehen mal hier noch ein bisschen weiter hier waren wir noch nicht doch hier waren wir tatsächlich auch schon krass wie nah wir an diesem truck vorbeigelaufen sind crazy der ist hier unten und wir sind einfach rechts lang gelaufen bricht er sich da was nö so ein paar ameisen ich habe auch schon lange einen jaguar nicht mehr gesehen oh hier ist eine schöne große hier hätte man bauen müssen Leute wenn ihr irgendwann das spiel selber anfangt baut auf jeden fall bei 43 16 so so viel gerade fläche und kann es richtig austoben ich weiß noch nicht ob man hier wasser hat irgendwo oh hier ein bogen äh ein sperr das kriege ich nicht der typ kann einfach nicht werfen während er das ist doch scheiße der kann nicht werfen während man rennt jetzt ist er weg scheiße der kann nicht werfen während man rennt da unten ist er die sau und wir haben wieder einen komischen Pilermann hier so haben wir denn eigentlich noch Speedpilze haben wir auch nicht mehr ja ey jetzt können wir essen das packen wir weg Nüsse essen wir dann trinken wir noch was schade ich hab grad gedacht wir haben noch Speedpilze wow das schreckt mich nicht so wir haben noch Speedpilze aber haben wir nicht ja der hat jetzt halt keine Ausdauer mehr da macht das keinen Spaß mit Rennen hallo Niklas so dann haben wir jetzt tatsächlich alles gesehen finde ich ein bisschen schade schon vorbei das Spiel dann sind wir komplett durch mit dem Spiel erst vorerst bis bis das nächste Update kommt das heißt wir gehen jetzt mal zurück zur Base bauen wir noch die Schlingenfalle legen da ein bisschen Fleisch rein was ist das hier noch für eine Höhle ist auf jeden Fall noch Obsidian das können wir wieder nicht mitnehmen dann packt doch einfach mal ein paar Federn weg so viele Federn brauchen wir eh nicht aber wir haben auch genug Obsidian eigentlich was haben wir denn hier noch wir haben hier noch eine geheime Langune Lagune Langune will ich immer sagen ich mach da immer eine Langune draus ok das ist natürlich auch schick hier aber hier sind keine Fische drin schade also mit Fischen wäre das ja optimal gewesen klar hier gibt's Obsidian aber aber sonst nix schade aber ist ganz cool kann man sich hier richtig voll riechen quasi so Melli ich glaube du wirst langsam alt das hast du mich jetzt schon zum dritten Mal gefragt und du hast auch schon zweimal eine Antwort bekommen so jetzt müssen wir gucken wie ich nach Hause komme aber dürfte für mich Genia kein Problem sein hat er nicht gesagt hat er nicht gesagt und schon wieder ein Ekel so war ich in der Höhle schon mal drin ja da waren wir auch schon mal drin ich glaube das war das mit dem Loch da oben äh ne ich hab gesagt ich hab dich gefragt ob das ob du weißt ob das was kostet beim letzten gespräch darüber gibt's hier paar speedpilze am großen baum natürlich nicht schade ja so das hier das oran äh lila war Tabak richtig na ok langsam kenn ich auch hier alles in und auswendig so so hier war der Dschungel da können wir auch schlafen hier auf der anderen Seite ist doch irgendwo das Lager da hinten stimmt in die Richtung sind wir da noch gar nicht gelaufen das war der Piranha Fluss ja dann schlafen wir da hinten auf der Matratze erstmal da haben wir nämlich auch noch gleichzeitig Schlafkomfort das sieht gut aus voll die Seuche hier ja ja hier fehlen auf jeden Fall noch die Alligatoren das wäre richtig episch wenn die hier so am Strand rumliegen also im Sumpf so hier können wir jetzt pennen machen wir auch schlafen weil Ausdauer gleich null so dann werden wir aber nur pennen ja recht sonst wird es mir zu dunkel ich wäre irgendwie jetzt ist schon fast zu dunkel komm wir haben so viel Essen komm Hängematte Hängematte regelt schlafen wir jetzt gleich dreimal hintereinander und dann sind wir nämlich äh genau dann wachen wir wieder auf wenn es hell ist dann können wir beruhigt nach Hause gehen so jetzt hat der Typ zwar bestimmt Kohldampf oder geht sogar noch wir haben ja noch was dabei hier zum Beispiel leckere Snacks Bananen sind schlecht aber vielleicht nicht so schlau vorher essen sollen Schokoriegel und die sind alle leer aber hier können wir Schmutzwasser mitnehmen das ist echt gar nicht so dumm wie ich bin am Steg lang gelaufen und krieg ein Ekel was ist das denn da packt mich doch der Ekel na gut ist halt Sumpfgebiet hier das macht Sinn dass hier mehrere Ekel sind hier haben wir den nächsten Fisch guck mal können wir nicht nehmen wieso können wir den nicht achso weil den scheiß Knochen zum Beispiel wir haben einen Fisch im Rucksack guck mal der lebt sogar noch so und jetzt können wir nämlich hier auffüllen halt ja doch das können wir auffüllen so so das können wir auffüllen die ist jetzt 100 voll ist ja crazy so die hat 40 die hat 40 die hat 20 und die hat 100 Wasser schmutzig so dann haben wir noch eine komische Spinne die müssen wir noch praten und dann sieht ja das ganz gut aus so jetzt müssen wir nur noch nach Hause finden mein Hause mein Zuhause mein Hause von Deutsch her gut mein Zuhause ist irgendwo in die Richtung glaube ich gucken wir doch mal hallo Kira miri techy grüße ja ich weiß dass ich Bluticke hatte aber diese habe ich weiß ich lauf 5 Meter und hab gleich wieder einen das ist so schlimm das ist richtig schlimm richtig schrei mich doch nicht so an ich bin immer zu langsam dafür oh das geht nicht die sind also unkaputtbar oder was ich habe mit dem Bogen getroffen und ich habe mit dem Speer getroffen und das Pferd überlebt Moll 3 die könnte man auch bauen hier oben hier ist relativ gerade wenn man das alles abholzt ist auch schön hier schnuggelitsch das ist sehr schnuggelitsch so ach hier mal dieser krasse Wasserfall jetzt gucken wir doch mal ob das stimmt guck mal wir haben richtig dreckige Hände wir können ja hier nochmal kurz gucken guck mal wir sind richtig dreckig jetzt probieren wir das mal ob das nur geklug scheiße war oder ob das wirklich stimmt im YouTube Kommentar ich lese mir ja jeden Kommentar durch das muss ja sein so viel sind es ja nicht hier hat man glaube ich auch mal was hat man hier mal was gefunden Stein so angeblich wenn ich mich unter dem Wasserfall stelle dann wird das sauber aber wenn ich meine Hand angucke dann wird hier nichts sauber ruck ich stehe direkt unter dem Wasserfall Und was sehen wir? Immer noch saudreckig Der sollte sich mal noch waschen können Das würde ich noch ganz geil finden Wenn der sich noch waschen würde So ein bisschen zivilisiert Ein bisschen Ein bisschen wenigstens Und kacken muss der auch nie Und pinkeln auch nicht So, hier oben ist auch die Hütte, oder? Boah, ich bin so schlau Ich hab das Spiel durchblickt Hey, man kann ja dem Ding speichern Das verstehe ich auch nicht Speichern Yes Verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht Das ist mir so hoch Könnten wir was grillen? Wollen wir nicht Ich will zu Hause grillen In meiner Butze In meiner Balmbutze So, was braucht der Typ denn eigentlich? Wasser So, hier oben war doch die Höhle, oder? War ja nicht eine Höhle? Irgendwo Durch die wir durchgekommen sind Ja hier, guck Alter, jetzt soll mal einer sagen Ich hab mich verlauert Alter, hä? Moment Die Höhle meinte ich gar nicht Aber hier waren wir noch nicht Oh Ah Ich hab noch nie einen Skorpion gesehen Geil, den werden wir gleich mal töten Ist wahrscheinlich der Einzige Oh, der kommt auf mich zu Alter Ich würde doch nur den Ekel wegmachen Vorsicht Da unten ist er Lol Mein Stab Der sitzt einfach scheiße da Oh, war das laut Sammeln Sammeln Was kriegen wir da raus? Mageres Fleisch Schade, ich hätte gerne Den können wir nicht sammeln Nee, den können wir nur herstellen und essen Okay, krass Ich hab noch nie Skorpion gesehen Jetzt haben wir endlich mal einen Guck mal, Wasser unsicher Können wir das eigentlich auch auskippen hier Verschütten So Das heißt, ich nehm jetzt hier Wasser mit Wasser unsicher Aha Aha, aha I like it Hier war aber kein Obsidian Das ist noch einer Es ist so laut immer Ich will den komplett nehmen Wo ist er hin? Da Oh, wir haben voll die Zoohandlung Voll die Zoohandlung im Rucksack Was ist denn hier für ein krasser Das ist noch einer Voll die krasse Höhle Voll groß vor allem Crazy Das ist so crazy But here's my number So call me maybe Okay, dann ist es aber nicht die Insel, die ich meinte Äh, die Höhle, die ich meinte So, dann müssen wir mal jetzt echt mal aufs Tacho gucken Wo wir hingehen Wir müssen ja auf jeden Fall auch mal was trinken Das kommt sehr gut Kriegt man damit das auch klein eigentlich? Ne Trinken So Jetzt geht die Suche wieder los Wir müssen auf jeden Fall nach Osten Und weiter nach Süden Aber nur ein Stück nach Süden Eher nach Osten Ja, so die Richtung können wir beibehalten Ja, so eigentlich Da ist ein Frosch Können wir den essen? Oho Hoppala Ah, die haben Wir haben schon mal einen Frosch gegessen, glaube ich Ich glaube, wir haben schon mal einen Frosch gegessen Mal immer, wenn der geschlafen hat Ich sag's euch Die halbe Zoo-Handlung Im Inventar Richtig geil Ja, ich such wieder mein Zuhause Aber diesmal find ich's leichter Ich hab ja nicht mal diesen komischen Kompass verstanden Pass auf Das war das 22 Ne 41, 22 Ich hab das Ich schaff das sowas von Jetzt will ich mal Tee kochen Lecker Hoppe Haben wir die Dinger schon mal gegessen? Jetzt sind die Was? Wie viel sind da? Das ist wieder ein großes Lager War ich hier doch noch nicht Hier war ich noch nicht Der hat da auch was Der wirft Steine, die Sau Kommt doch, kommt doch Allee, 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 allee Allee, allee, allee Allee, allee, allee Der war knapp Der wirft Bananen, äh, Steine Steine, du Sau Steine, du Sau Hallee, allee, allee, holla So So Wir nehmen den mal auseinander hier kurz Ich werde nur meinen Pfeil eigentlich Ein bisschen Fleisch brauche ich nicht Bogen brauche ich auch nicht Wo war der andere? Mal gucken, dass ich hier nicht verliere Aber manchmal haben die echt was cooles dabei Hat der andere schon wieder verloren Keine Ahnung wo der war Muss eigentlich hier irgendwo gewesen sein Links ist das Dorf Egal, einer pimmelt da noch rum Boah, der hat mich mit dem Stein getroffen, die Sau Boah, nochmal mit dem Stein getroffen Was war das denn, ey? Wieso schieße ich bitte durch den einen da durch? Aber da ist glaube ich was Neues, was wir noch nicht Noch nicht bauen können Habe ich keine Pfeile mehr? Ich glaube ich habe keine Pfeile mehr Ich habe keine Pfeile mehr Okay, Digi, dann So, hier ist nämlich noch was Neues, guck mal Ein Waffenhalter, das ist richtig gut Weil Ich ja noch ein paar rumliegen habe Okay, jetzt haben wir wirklich alles gefunden Jetzt bin ich mir sicher, jetzt haben wir alles gefunden Aber jetzt sind meine ganzen Pfeile weg, krass Schlange Links, Schlange Pfeile, Pfeile, Pfeile Pfeile, Pfeile Menschenfleisch, das brauche ich eh nicht Warum habe ich eigentlich so viel Menschenfleisch hier? Mach das weg Geil, haben wir noch was Neues entdeckt Verdorbene Banane Verdorbene Banane Sehr gut So ich habe eine Wunde Warte mal, wir können den ja noch lündern Schon ein komisches Gestöne Schon ein komisches Gestöne Das finde sie geil, wa? Das ist richtig geil Du Sau Ey, das ist noch ein Fall Ich weiß, ich kann die nicht aufnehmen, was ist das denn? Erstmal fangen wir das Männchenfleisch weg Ich habe keinen Platz hier für das Hey, wo waren denn vorher die Pfeile? Wenn ich jetzt auf einmal keinen Platz mehr habe, was ist das denn für... Käse So, wir müssen jetzt aber eh mal ne... Oh ja, da hat er mich getroffen Oha Oha Können die nicht lautlos sterben? Ne, das wäre ja voll uncool Da würde ich richtig auf die Barrikaden gehen Lautlos sterben, blitzig Jetzt hat er einen Pfeil genommen Jetzt nicht mehr Okay, nice Immer noch einen Waffenhalter gefunden Einen Waffenhalter Hallö 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 Bist du, man lernt nie aus So, wir müssen Ein Stückchen noch Richtung Süden Der Typ ist schon wieder ganz schön Ganz schön kaputt Der hält doch gar nichts aus Hier, so ein Vieh wollte ich noch töten Das war ein komisches Ey, wie viel, wie hat das, was soll das bitte für ne... Naja, schon wieder ein Blutegel Hallo Diggel So Der Typ ist schon wieder ganz schön angeschlagen Mit seinem Zoo im Rucksack Und der Weg denn jetzt hier schon wieder hin Da ist es Oh, nicht getroffen Jetzt verarscht es mich aber, es bleibt ganz nah bei mir stehen Das war der See, der hier einfach ins nichts geht Aber ich brauche so ein Vieh Wo ist es denn hin? Miep 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 macht's Wie so ein Hamster Ein Hamster macht auch immer so ganz komische Geräusche Miep 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 Nee, so ein Meerschweinchen Meerschweinchen macht so Geräusche Miep 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 Da ist es. Guck mal. Das verarscht mich, Alter. Das guckt mir die ganze Zeit zu. Ich hab gesehen, wo du gerannt bist. Da hinten rennst du noch. Bitch. Pass auf. Dafür muss ich jetzt sterben. Wo ist es hin? Och, komm. Da ist es. Das ist so süß. Och, ich treff's auch nicht. Scheiße, wo hab ich jetzt mein Speer hingeschmissen? Da. Hier ist ganz geil zu bauen, weil hier unten hast du Wasser. Guck mal, da drüben ist noch eine Höhle. Da kommt man, glaub ich, nicht hoch, wa? Was ist denn jetzt hier dieses komische Wasserschwein? Oh, ich hab gar kein Wasser. Also so gar nicht. Ist das so schwer, ein Vieh... Ja, ist es. Weil das Vieh dich bei Zeiten sieht. Das hat eine Warmanlage. Trinken. Ich seh' das immer zu spät. Das sieht mich eher und hört mich. Jetzt ist es schon wieder weg. Verdammt. Ich glaub, so ein Ding haben wir auch noch nicht gegessen. Ich würde mich... Weißt du, was mich auch interessieren würde? Wenn wir da eine Frucht in die Schlingenfalle legen... Fangen wir da einen Gekko? Jetzt schläft er erst mal ein. Schön auf den Stein. Jawoll. Du bist ohnmächtig. Sehr schön. Dann soll ich hier noch ein bisschen Power... Schlange. Halt. Ich hab hier aber auch mal gebaut. Ah, hier ist noch so ein Vieh. Guck. Kriegen wir das denn hier noch irgendwie mit? Die Frucht? Ja, aber... Guck mal. So, jetzt haben wir die Frucht. Jetzt müssen wir dieses Tipi da irgendwie noch kriegen. Hehehehe. Hehehehe. So, hier haben wir Wasser, Schwein, Fleisch. Das haben wir nämlich, glaub ich, echt noch nicht gegessen. In dem Durchlauf hier. Für privates Server gibt es eine minimale Chance, dass es nicht passiert ist. Ja, und? Ich hab doch sowieso kein Chaos. Was? Warum? Was interessiert mich das? So, hier ist dieser Weg. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssen noch... Wir müssen jetzt Richtung Osten. Ich brauch halt Wasser auch. So, Richtung Osten. Eigentlich da hin. Ah, hier ist die... Dann könnten wir doch... Ist irgendwo die Coca-Fabrik? Irgendwo ist hier die Coca-Fabrik. Ja, weiß ich, Chaos. Aber A, auf einem Office-Server und B, einmal reicht auch. Erstmal. Bevor da nicht irgendwas Neues reinkommt. Jetzt ist das richtig dunkel, Leute. Richtig dunkel. Der Typ schläft mir gleich wieder ein. Du bist ohnmächtig. Kommt gleich, wetten. Ich hab jetzt auch nichts dabei, was ich so schnecken könnte. Gute Nacht. Nee. Glaube ich nicht. Das könnte sein, dass du aufwachst. Und es knorren hörst. Das glaube ich schon. Dass er dich im Schlaf angreift, glaube ich nicht. Aber dass er dich anknorrt, wenn du aufwachst. So, in die Richtung müsste mein Zuhause sein. Hier, genau, hier ist die Höhle. Da müssen wir einmal durch. Einmal oben drüber. Genau, über den Stamm. Dann sind wir schon fast zu Hause. Zeig' ich doch. So. Irgendwo hier ist das. Genau, da drüben. Habt ein Hause gefunden. Das hat Applaus verdient, Leute. Das hat Applaus verdient. Und das Feuer brennt sogar noch. Guckt mal die Daumen, dass es noch ein bisschen länger brennt. Boah, das ist ja gar nix. Geil, da können wir gleich. Kann echt die Vogelspinne braten. Wie geil ist das denn? Die liegt jetzt zwar da hinten. Richtig dumm. Guck mal, die wird trotzdem gar. Aber wisst ihr, was jetzt richtig fehl ist, wenn ich da nicht mehr rankomme? Die ist jetzt fertig. Oh Mann, jetzt ist die unsichtbar. Denke ich. Hä, wo ist die jetzt hin? Liegt die da noch? Oh Mann, dass das schon wieder unsichtbar wird. Das geht mir ein bisschen um den Sack. Speichern. Schlafen. Schläft ganz schön lange, der Typ. So, mein Obst. Das wollte ich eigentlich da reinpacken. Schade. So, was hat er denn? Für die Pestbeule. Ach, nur ein Ekel. Schade. Jetzt ist die Spinne weg. Das ist das Spiel mal neu starben.